Mein Name ist Andreas Schmutz. Ich bin als Projektleiter bei der Abteilung Hochbau angestellt. Ich darf Bauprojekte realisieren und für den Unterhalt der städtischen Liegenschaften schauen. Es ist total verschieden. Es kann sein, dass ich mit einer Sitzung starte, mit einem kleinen Baustellenbesuch oder mit einem kleinen Problem, dass ich noch einen Wassereintritt habe. Aber meistens starte ich auch meinen PC in den Bronzhofen auf und durfte meinen Tag banal mit der Büroarbeit starten. Es geht vor allem um Menschen. Wir können gestalten für Menschen, dass sich Menschen wohlfühlen in ihrem Umfeld. Das ist der Hauptgrund, dass Bauen so schön ist für mich. Es geht aber auch um Umwelt und um Finanzen. Die Herausforderung ist, dass man es allen recht machen möchte. Das ist natürlich nicht immer möglich. Man hat meistens Korsett finanziell und man kann nicht alles haben, was man sich wünscht. Man versucht den Dialog mit dem Besteller, mit dem Nutzer und versucht aufzuzeigen, was die Probleme sind, Vertrauenbedingungen sind und man sucht meistens Kompromisse und meistens sind die auch möglich.